Servus meine lieben Freunde und herzlich willkommen auf meinem YouTube Kanal. Heute Leute habe ich etwas besonderes für euch. Heute machen wir mal kein Dragon Ball Opening, kein Seven Deadly Sins Opening. Heute seht ihr sogar mein Face und ja wundert euch nicht. Ich bin euch bisher total schnell. Ich habe nur vier Stunden geschlafen und ja dann bin ich nach Hause gekommen und eine riesige Überraschung war da und zwar war BAM! Sowas bei mir im ja nicht Postkast, aber so vor der Türe. Und wisst ihr was noch krass ist? Denkt ihr das ist Nummer 1? Nein, dann ist noch die Nummer 2. Wir haben hier zwei Displays, Battle Styles, beides englisch. Ich habe hier für günstig bestellt. Den einen habe ich sogar nur für 120 bekommen, nur weil der hier, seht ihr das, einen kleinen Riss hat. Transportschaden hat der Typ gesagt, er wollte 122, ich habe auf 120 runtergehandelt. Ja dadurch, ich habe ihn auch gefragt, ist das berührt oder ob das alles in Ordnung ist und hat gesagt, es passt alles, es ist alles okay. Ich habe da nichts gemacht, der Riss ist 1,5 cm höchstens groß, 1 cm mehr nicht. Ja, dann habe ich natürlich zugeschlagen. Wir machen erst den mit dem Riss auf, danach machen wir den anderen auf. Das andere wird halt Part 2 sein, weil sonst geht das Video zu lang, so Packsöffnen dauert schon eine Weile. Ja ich würde sagen, wir legen dann langsam los. Ich habe hier ein Messer, das Messer ist relativ gut geschärft. Ich werde jetzt das aufreißen. Ich hoffe, wir ziehen Alternative Rare, Alternative Rare Despotter. Das wäre einfach insane. Der sieht so geil aus. Ich kriege es nicht übers Herz, Leute. Schaut euch das an. Sieht schon geil aus, aber wir müssen es aufmachen. Ich bin nicht so einer, weil der Display ist irgendwie aufbewahrt oder so. Sowas mag ich nicht. Wenn ich hole, dann richtig, dann mache ich die auch auf. Könnte sein, dass ich bald Evolution Booster Face holen werde, wenn ich Mitte des Monats oder so. Hey, klebt nicht in meiner Hand. Mal gucken aber. Ich denke ja, da gibt es so, habe ich gesehen, Angebote, wo man es inzwischen 10 Stück für 240 oder 230 herkriegen kann. Ist ein sehr gutes Angebot für Evolution Booster Pack, wo man Plurax zieht in Holo, Jackpot. Aber ja, schauen wir mal. Also als erstes, Leute, das ist das Display. Bam, das sind unsere Packs. Ich muss es mir angucken, weil sonst kriege ich es nicht. Oh, ich mache das Päckchen kaputt hier. Nicht aufpassen. Muss nur aufpassen. Werden vielleicht wertvolle Karten beschädigt. Das ist wirklich mein allererster Display. Ich habe schon ein paar Sachen geöffnet. Und zwar habe ich solche Pokébälle Display geöffnet. Aber das waren auch nur 18 Packs. Die waren auch relativ gut. Also gute Puls, zwei Fullards gehabt. Und eine normale GX. War okay. 18 Packs. Kann ich nicht viel erwarten. Aber hier erwarte ich mindestens sie mit. Also ich denke, das kann man schon erwarten. Was wir noch bereit haben. Unsere Bluterkröten. Die benutzen hier. Die sind wirklich geil. Ja, falls wir Hits haben, werden wir hier einfügen. Packung ist offen. Und ich würde sagen, sie legen los. Leute, ich ziehe jetzt einfach mal von irgendwo. Ich habe auch zwei rausgenommen. So. So. Dann machen wir. Dann legen wir mal los hier. Ich werde die so in Kamera heben. Ich habe keinen, der das jetzt aufnehmen kann, leider. Deshalb machen wir es so, dass ich die Pakete in die Kamera hebe, sobald die offen sind. Also die Karten. Ah, fängt schon mal lustig an. So. Fängt schon mal lol an. Das ist der. Wie heißt der nochmal? Ich habe den Namen vergessen. Das Display seht ihr. Ich leg die Comments hier hin. Die zeige ich euch dann am Ende. Hier ist die Kamera. Pupanze. Skogla. War es schon die Reverse Rare? Nee. Reverse Rare. Und. Echt jetzt. Hahaha. Holo. Die Holo. Die Form. Sieht man das richtig? Ich hoffe ja. Also haben wir jetzt die Reverse Rare gezogen. Die Energie. Ah, ich habe Karten-Tree vergessen zu machen. Karten-Chef. Nun kommen wir nicht. Und. Äh. Ich weiß nicht, wie der heißt. Und das war jetzt die Unglitzungen. Ähm. Fast. So. Finde ich lustig. Zweimal das gleiche zu ziehen. Lol. Ist der auch Holo? Ja, ist der. Dann benutzt man auf jeden Fall Höhlen für beide. Und schon habe ich zwei Höhlen verbraucht. Geiler Scheiß. Wisst ihr was? Dafür benutzt ihr die andere Höhlen? Schau mal. Für Holos benutzt ich die Höhlen. Holos bin ich jetzt nicht so besonders. Außer Lugia ist doch bisher was wert. War das hier? Ne, Lugia kam woanders raus. Warte mal. So. Dann machen wir die M-Boas hier rein. Zack. Zack. So. Und so haben wir die Höhlen drin. So. Next Pack. Jetzt kommt die rechte Seite. Mal sehen was die rechte Seite gehört. Also ich komme hier einfach nicht. Vorrat. Ich habe gerade die Karten geknickt. Ich hoffe da ist jetzt nichts Besonderes drin. Weil ich bin gerade voll gegen meine andere Sofa gekommen. Ach so. Ach hier wird mir ja irgendwie gespoilert. Ne. Also habe ich was. Wenn so ist. Ich bin mir gerade nicht sicher. Keine Ahnung. Aber in meinem Kartentrick. Kampfenergie. 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 Ähm. Dich auf mich bei Top 4. Aber ich weiß gar nicht wer. Kampfchef. Furgixix. Chimecho. Onix. Irgend so eine neue. Äh. Kleine von Infernoport. Aber den Namen von dem weiß ich nicht. Infernoports weiß ich. Furgixix. Dlamion. Slowpoke. Pöbe. Reverse Press legen wir auch auf Seite. Und eigentlich. Also bei grün ist es auf jeden Fall nichts drin. Gut. Gut zu wissen. Next Pack. Ich mache einmal links. Einmal rechts. Einmal links. Einmal rechts. Einmal rechts. Also das ist okay so für euch. Also hier habe ich auch wieder nichts drin. Ich darf mich nicht spoilern. Wasserenergie. Kampftrainer. Das war der von meinen. Morpeco. So hieß du doch. Morpeco. Du. Du. Leid. Gorpich. Wie ist das? Ah. Ich weiß wer. Ja. Ich muss auch ein bisschen gucken. Weil die sind ja alles. Croncat. Verdeht. Für euch. Sonst sehe ich nichts. Psyogons. Kleine. Aber keine Ahnung wie der heißt. Die habe ich auch in Holo inzwischen. Durch. Durch äh. Koffer. Ich habe solche Koffer geholt. Reverse Rare. Reverse Press legen wir auch die zweite. Und. Unser Rare ist ein. Galerian Swallow. Also geile. Geile. Ähm. Geiles artwork. Aber. Ja. Ui. Der ist gut verschlossen hier. Ist der auch noch kein Hit? Nein. Macht's spannend. Ja. Es bleibt spannend. Ja. Es bleibt spannend. Wir haben hier was. Nur weiß ich nicht was. Habe ich was schwarzes? Ich glaube das war eine Wii. Flamenergie. Ich habe keine Ahnung. Ah. Skull of Scorn. Ist kalt oder sowas. Äh. Wie hieß der noch mal. Slime Slash. Oder. Bishop. Keine Ahnung mehr. Kampfenergie. Kamux. Äh. Zepa. Kikuki. So heißt er auf deutsch. Dinger als Cherubi sehe ich gerade. Schluh. Schluh. Elektrik. Geiles artwork. Der sieht echt geil aus. Schaut euch den mal an. Der sieht nice aus der Tür. Reversed rare ist. Reversed rare ist. Knogga ist ne rare oder. Ja. Und unser holo ist. Wow. Es ist äh. Mimikma. Wie. Wie. Geile Karte. Gefällt mir. Unser erster Hit. Nehmen wir auf jeden fall auf seite. Schauen wir sie uns nochmal an. So zack. Die tun wir auch ein. Den tun wir auch einhören. Zählt auch zum Hit. Reverse rare. Ah ne. Reverse rare spricht doch äh. Mit dem. Weißen einhören. Knogga finde ich geil. Ich hoffe der kriegt auch mal eine V und Remax Form. Vielleicht eines Tages. So. Next. Pack. Machen wir es mal ganz vorne. Easy peasy ganz vorne. Ey. Bleib stehen. Was wir hier haben. Unser Proteinshake Guys. Muss sein. Muss. Für die Games. Wenig Schlaf. Schon paar Tage nicht trainieren können. Ja. Aber es sieht doch immer noch sehr stabil aus eigentlich. Vor allem die Schulter. Klar. T-Shirt deckt es natürlich ab. Aber spielt ja hier keine Rolle. Wir machen die Pokémon Karten offen. Keine Muskel Show oder Masse Show etc. Ok. Hier haben wir nichts. Ich habe es verstanden. Die Grünen die spoilern uns. Ähm. Da haben wir nichts. Pflanzenergie. Äh. Groink. Äh. Äh. Luchstrass Kleine. Aber ich weiß gerade nicht wie der heißt. Die Mittele Schrufe. Äh. Keine Ahnung wie der heißt. Aber kenne ich. Ähm. Kalamimi. Pantimos. Zubat. Ui. Wie sieht das aus. Aus Stoff. Aus Wolle. Ich habe die. Reverse Ration Hundes da. Unsere Rare ist Knogga. Keine Rolle oder? Ne. Ok. Next Pack. Ich nehme hier ganz vorne mal was. Die. Die zwei nehme ich weg. Weil die haben raus geschaut. Die wollen. Die wollen geöffnet werden. Die sagen. Äh. Nehm ich. Ich sage. Alles klar. Dann gib mir eine Secret Braille. Am besten. Alternativ Rare. Ushifu ist auch geil. Der Blaue habe ich glaube ich. Der ist auch ziemlich was gleich. Oder. Der Spotser hätte sich eigentlich am liebsten. Ok. Der hat leider nichts hier. Auch. Auch leider. Nix. 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 Äh. Aber ich spoil euch. Wieso sage ich das euch. Kann ich ja gleich dann die Karten aufmachen. Feuer Energie. Level Ball. More Peko. Pokedex. Oder was ist das überhaupt. Das ist gar kein Pokedex. Top Jammer. Sag mir gar nichts. Tuska. Tuska. 3. Generation kenne ich mich aus. Ähm. Flunk Kiefer. Sieht cool aus. Spank. Spank. Darf nie aufhören zu hüpfen. Sonst. Kuck. Ist sie tot. Spank. Spank. Kampspokémon. Kampspokémon. Wie heißt die. nicht. Psychoenergie. Psychoenergie. Äh. Gurundr. Kampspokémon. 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 Mase ich doch kennen. Was ist los. Spoink. Bronzl. Spoink. Ne. Keine Ahnung mehr. Pajilizoom. Ich hab keine Ahnung wie der gibt. Cool. pedal iron prorekt. Aber nicht. nicht aber eine trainer und ein geiles pokémon aber leider keine holo next pack du bist dann als nächster dran 1 2 3 4 kampenergie Luxio? Jetzt habe ich es wieder Luxio. Keine Ahnung wie der heißt. Auch diese fette Katze hat sie auch nicht mehr. Wie hieß die nochmal? Ach, das wusste ich doch. Wifu und Ufu? Nee, keine Ahnung mehr. Cobra, Pantinimi, Knofensa, Ultra Instinct, kann der. Onyx, unsere Reverse Rare ist... Unopeco, Reverse Rare, geil. Und unsere Holo ist ein Stahlos. Top. So, die hören wir beide ein. Wir kriegen ziemlich viele Reverse Rare und Rare hier. Irgendwie. Ist mir nur so mal aufgefallen. Meine Haare, wie stehen die gut? Keine Ahnung. So, wer ich noch mehr rauskriegt, ah du, dann benutzen wir dich natürlich. Jetzt Zeit, dass da jetzt mal ein paar Hits kommen hier, oder? Wo sind die Hits? Wo sind die Hits? Gib mir die Hits endlich, ich will mehr Hits haren, oh ja. Gib mir mehr Hits, oh ja. Gib mir mehr Hits, Pflanzen, Energie. Ich weiß nicht, wie die Trainerin heißt. Goldbart. Skogo, geil. Also, Normalheit. Habitat, nicht Koma, sondern dieses Dazwischen. Es ist wieder Rare und dann gibt's wieder Unkoma. Spoil, Still Spilly. Mhm. Tosca. Skill ID. Ich hab wieder ne Reverse Rare. Razak. Geil. Nehme ich an, aber ich will mehr Holos einstatt kann als Reverse Rare. Und Satinia. Heißt du, Reverse Rare? Hab ich die schon? Ich weiß nicht. Ich hab die, aber ich weiß nicht, ob ich die in Reverse hab oder nur noch mal. Bisher hab ich echt viele Reverse Rare gezogen. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 13, 14, 15, 15, 16, 15, 25, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 15, 15, 16, 16, 17, 19, 20, 21, 21, 20. Waren wir haben jetzt 26 Packs. Ohoho. Wir haben ja erst mal 11 aufgemacht. Boah. Da sind 36 Stück drin. Ich hab mir neid schon Sorgen, oder was? komisch an komisch an komisch an jetzt eine siegung und nicht energie keine ahnung habe ich schon vorhin gesagt weiß nicht wieder alles haben wir schon oft genug gesehen kommen kann ich doch bald überspringen weil die haben doch langsam oft genug gesehen wir haben das nicht so gut ich habe das nicht so gut oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott wir haben wir wo sind wir OMG oh mein Gott das ist ein opening Leute Oh, oh Oh mein Gott Oh, ich muss da jetzt echt vorsichtig sein Oh mein Gott, was haben die da gerade gezogen, Alter Oh, was? Hey, hör doch auf Sancturine geht, aber Oh mein Gott Oh mein Gott Oh, mein Haar ist noch kaputt gegangen Oh mein Gott, ey, die muss man einhören Und dann, oh mein Gott Darf doch nicht wahr sein Was? Was? Ey, fuck Lava, locker Ich weiß nicht genau, wie viel Ich guck nach, aber ich denke um die 30 bis 40 Euro Mindestens Und davor sogar noch eine Reverse Rare Alter, was für ein Pack Was für ein fucking Pack Leute Da sprechen die Bizeps Da spricht der Oberarm OMG, Alter Ich bin gerade so verwirrt Ich bin jetzt absolut in die falschen Höhe Wo hier Oh mein Gott Ness Wir haben ihn an Und wir haben noch so viele Packs Oh mein Gott, Leute Hundemonshine Hundemonshine Oh mein Gott Was zur Hölle Ist hier gerade geschehen Oh mein Gott Diese Box War mehr als verrückt Die war richtig günstig Die habe ich nur 120 Euro Weil die Beschädigung hatte Hat mit dem Typ geredet Der wollte eigentlich 127 Euro Oder so Also ey, komm Wäre nett 120 Ich mache ein YouTube Video Ich werde YouTuber In Openings Und dann hat der gesagt Und Geil, Alter Geil Endlich Und nicht Ich bin gerade Momentan Wirklich In einem anderen Film Oh mein Gott Endlich Habe ich mal Glück Ich schwöre es dir Meine erste Secret Rare Letztens Meine erste Rainbow Rare Aber das war ohne Video Und jetzt Endlich Meine erste Secret Rare Geil Und dann noch Direkt Direkt Hundemon In Shiny Die habe ich mir so gewünscht Oh Ist wieder ein Reverse Rare Könnte sein Digga Was ist das für ein Display Lahn Ja das ist nix Oh was ist das für ein Display Es regnet Reverse Rare Es regnet Shiny Hundemon In meinen Schädel rein What the fuck Alter Was ich da Passiert Oh mein Gott Leute Leute Hey Ihr verhascht mich Mir ist schon so heiß Ich könnte mein Oberteil Einfach rausziehen Jetzt Oh Fuck Mann Da muss so viele Packs So viele Was für ein Opening Oh mein Gott Ich weiß es zieht sich leider Aber Nach so einem Pult Den musste man sich genauer angucken Das musste man sich genauer angucken Aber guck mal Ihr seht Ich hab da was drin Entweder mindestens eine Holo Ja diese zwei Dinge Ja diese zwei Dinge Sagen entweder Holo Oder besser Metallenergie Oh mein Gott Ness Leute Shit Ich werde jetzt Preis nicht anschauen Ihr könnt ja selber nachschauen Ich mach das danach Nach dem Video Weil sonst dauert das wirklich zu lange Manky Manky Hat halt ja mehrere Formen In dem Pack Pupanze Ich hab keine Ahnung Ah doch Praktikal Krebskorps Unsere Reverse Drawer ist Es gab nur Reverse Drawer schon wieder Hey Leute Ich hab schon wieder eine Reverse Drawer Guckt euch unten Seht ihr Fixieren Fixieren Ich kann's nicht fixieren Aber es ist die Reverse Drawer Leute Es ist in jedem Pack quasi Die Reverse Drawer drin Was ist das für ein Display man Was ist das für ein Display Aber was ist da los Und noch ein LNT in Hulu Junge Vater du Crazy man Crazy Crazy Einfach so crazy Ich bin Ich bin immer noch geschafft Was war das eben Alter Junge Vater du Wir haben noch so viele Pates Ich muss schneller machen Sonst dauert das Video zu lange Ich kann nur 53 Minuten aufnehmen Muss eigentlich erst löschen Okay Aber ich glaub ich hab schon wieder eine Reverse Drawer gesehen Nicht nur mal Metallenergie Ibitak Pflanze Fluchtseil Geile Karte Zepa Mankey Flagmore Imantis Ich hab nicht erkannt Ah Remorade Cremutac Es ist schon wieder eine Reverse Rare Ne doch nicht Diesmal nicht Und Razav Razav ist kein Holo Also Ninnon Holo Höhle ich nicht ein Machen hier keinen Sinn Next Pack Oh mein Gott Leute Hundemon war wirklich Grad anders Das war anders War wirklich anders So Und die Energie Duo Dino Äh Duo Duo Ja keine Ahnung mehr Kampftrainer Pflanze Mr. Mime Imantis Habitak Zubat Wolle Und Schon wieder ein Reverse Rare Schon wieder ein Hundemann Scheiße Sieht da geil aus Man Crazy Und Humano Schon wieder ein Reverse Rare gezogen Was ist denn da los Echt Es regt Alter Leute Es regt nicht Reverse Rares Ey wir ziehen Hundemann in Shiny Äh Was sollt noch gehen Also Das alles Hohlhose Reverse Rares Schaut euch das mal die Menge an Das sind so viele Und da müssen noch mindestens paar Hits drin sein Also ich erwarte schon Sieben Hits eigentlich Sechs sollte mindestens drin sein Nach dem Wunderland Okay Ich glaube die Hits kommen alle hinten Leute Wenn ihr wüsstet wie verschwitzt ich bin Junge Pflanze Energie Wir machen jetzt ein bisschen Schnelldurchgang Stogo Bruno Schlobek Elektek Come on Praktibike Und Da Vichu Oder Vichfu Oder wie die heißt Ja Reverse Wrestling Ich hab vor allem mehr Reverse Holes gezogen Als normale Reverse Karten Das müsst ihr euch mal geben Packs ist mir egal Die können kaputt gehen So viel die wollen Großkarten Tricks verweilt Aber Psycho Jetzt haben wir glaube alle Kommands durch Oder Junge Vater Elektek Und Ey Peter Cool Und Der Vater von diesem Praktibike Wie heißt der Er hat noch so viele Packs Wir haben schon die mächtigste Karte aus dem Set fast gezogen Junge Vater Wir haben hier was Ich glaube es ist eine Wie aber besser wie nichts Kampfenergie Ich sag jetzt keinen Namen mehr Tuska Tuska Spoing Ah Cool Surprise Nice Habe ich letztens auch in Pulat getroffen Gar nicht so wenig wert Auf deutsch glaube ich Ich hatte sie auf deutsch Ich glaube das ist 15€ oder 17€ oder so Gar keine schlechte Karte Die nehme ich Die nehme ich Die nächste Pack Die nehme ich Die Sau Ok Ich habe euch auch gespildert Weil ich habe euch ja gesagt wie das ist Wenn es komplett grün ist Euer Uppsala Ultragario Tragosto Hier sind viele neue Die ich noch gar nicht habe Und es ist da Ich packe die Bike Ist eine Reverse Rare Bin ich mir noch ganz sicher Ja Ist wieder eine Reverse Rare Die nehme ich Und Charest of Kork Hahahaha Bin da noch raus Aber auf englisch heißt die Wie Charest Korkork Oder so So Leute Das wäre auch Ich höre es euch Wir haben mehr Reverse Rare Als diese normalen Reverse Karten Gezogen Ganz hin Ja so langsam neigt sich das Desperate am Ende zu Wir haben noch 16 Packs Wir haben hier was drin Leute Wir haben hier was drin Leute Aber was Rainbow Rare Müsst auch noch kommen Hört ich Wasser Energie Servo Pflanze Prakti Bike Ich weiß den Namen nicht mehr Und Unsere Reverse Rare Ist ein Ding Und wir haben einen Hit Ist schon wieder ein Reverse Ne doch keine Wir haben Kramor Die habe ich auch schon Adwork ist geil Kleid Das ist jetzt keine Money Card Aber Sieht cool aus Und das Hit ist ein Hit Nehmen wir mit Hit ist ein Hit Nehmen wir mit Wahrscheinlich Jetzt bin ich auch noch Reimer geworden Dank Pokémon Karten Wir haben jetzt 4 Hits Also da müssen noch Mindestens 2 oder 3 kommen Ey Was ist ganz für ein Geräusch Hintz Hintz Man muss immer die Packs Übel zerfetzen Ey Ich guck dass ich euch nicht Spoiler Und mich selber Auch nicht Psycho Das liegt nochmal Aufs Halt Ihr seid vergessen Was heißt grad mit der Zunge Ne Er war grad echt voll konzentriert Keine Ahnung Klar nicht dran gedacht Was ich da mach Geil Die kann man in In der Box kaufen Da heißt sie dann Hulu Finde ich gar nicht schlecht Wo Lauso Box Kostet doch 25 Euro Geht schon Man kriegt es auch Easy für 20 Denke ich Oh wir haben was Hä Was war denn das Wieso haben wir was Hier Tapu Koko Ich wundere mich Weil meine Karte Hat mich nicht gespoilert Halt Leute Natürlich Ja ok Passt Ja Auf deutsch Kapuriki Kapuriki Gezogen Ist ne coole Karte Nachher am Ende Gucken wir es natürlich Alles wieder an Alles ok Keine Sorge Alles gut Ich weiß Ich nimm so ein Secret den Platz von Rainbow Rare Ein Ne Ich denke nicht Oder Normalerweise nicht Da muss doch noch Rainbow Rare Dazu kommen Psycho Puska Levelball Kampfenergie Imantis Spam Raid Happy Tag Hajirisu Hakugi Alte Mann Und Durenga Ja Durenga Jetzt hat es wieder Spontan wieder Eingefallen Zwei Uhr Ich sollte eigentlich schlafen Aber dann Kamen mir diese Displays Und die waren mir einfach wichtiger Wir haben hier wieder was zu Denken Hololos Aber das mit Hundemont Leute Alter Scheiße Was Energie Groenk Energy Recycler Und Duster Schlob Zipa Manky Oh Wir haben eine Full Art Wir haben eine Full Art Aufgezogen Ja relativ okay Rechts ein bisschen dünner Aber Sonst an sich Richtig cool Aus Sieht doch gut aus Die nehme ich an So jetzt haben wir unsere Full Art Aufgezogen Ich hoffe wir kriegen noch eine schöne V-Max Wir haben jetzt bisher 1,2,3,4 Wir haben jetzt 6 Hütz Und dann nicht so viele Packs Oh wir müssen schnell Bistgang machen Dann wird ja keine Zeit mehr Okay ich habe hier was drin Wie dann Kann aber nur eine Hulu sein Was war das Das ist gerade Errekt Full Energie Alter Mann Die habe ich gerade in Full Art gezogen Oh geile Reverse Rare Nehme ich an Und ähm Kolossal Holo Kolossal Sieht man nicht so richtig Aber ich muss leider schnell machen Next pack Alter du musst diese Cup Entweder du musst da richtig Cup geben Und dann beschädigen Oder Pokémon Tut echt ihre Höhen Richtig gut Zumachen Ah jetzt habe ich euch gespoilert Also Wir überspringen dieses Pack Leute Also die Reverse Rare 1 Paldem Paldem Ist cool Und die Holo ist schon bei Lectro Also ich gucke jetzt nach Und immer wenn deine grüne Cards Überspringen Also überspringen heißt Ich zeige euch einfach nur die Rare Und die Holo Da Beispiel hier auch Weil sonst dauert das Video zu lang Comments kennen wir ja inzwischen Die Reverse Rare ist so eine Meteorit Oder sowas das ist Und die Rare ist Mr. Mime Okay Next pack Komm schon Komm schon Noch Noch einen Hit Mindestens Oder Video leider nur Grün gehabt Aber Reverse Rare Knogga Wieder mal Und unser Schmetterling Sonst haben wir nichts Was wir noch nicht gesehen haben Ne Passt Okay Den muss man sich kurz einhören Next pack Wir haben ja noch 7 Packs Also Mega Das war mega Leute Oh hier könnte was drin sein Die überspringen wir nicht Metallenergie Diese Frau Ah den haben wir noch nicht gehabt Der ist einmalig nur Tragosso Wasser Pokemon Den haben wir auch noch nicht gehabt Blinkpuck Knobglass Das ist unsere Reverse Rare Mankey Und unser Holo ist ein Crobat Gute Karte Hören wir natürlich ein Wir haben noch 1, 2, 3 Noch 8 Packs 8 Packs Und 12 Minuten Zeit Oh mein Gott Das überspringen wir hier Das ist leider nichts Das überspringen wir Aber wir haben wieder eine Reverse Rare Die haben wir noch gar nicht gehabt Coole Karte Ich mag dieses Pokemon Und wieder dieses Schmetterling In Rare Sonst haben wir nichts Neues gezogen Aber Die höhlen wir natürlich ein Wir haben echt so viele Reverse Holos gezogen Nicht normal Ich habe noch genau 6 Packs Ne 7 Boah der fickt sich schwer an Junge Fautodruck Okay wir haben hier was Das überspringen wir auf jeden Fall Ich glaube ich habe hier was großes sogar Könnte eine Remax sein Kampfenergie Jetzt haben wir die noch öfter Ibitac Faktibike Tuska Pagiri Zion Boah wir haben was Was ist das Oh Leute Nice Wulauzu Wimax Geil Das ist super Das ist super Äh falsche Hülle Ich bin so durcheinander Immer noch Ihre scheiß Hunde Man hat mein Leben gefickt Wortwörtlich Hat er mein Leben auseinandergenommen Aber das ist auch eine tolle Karte hier Wulauzu Geil Ich habe hier ganz eine Stapel Common Cards Die lege ich mal auf Seite Geh mir ein bisschen auf die Nerven Geh mir ein bisschen auf die Nerven Geh mir ein bisschen auf die Nerven Lange uns 6 Packs Shake So Osmuspielen sind auch am Start Das kriegen wir noch jetzt Das überspringen wir hier Also Calagantri Nichts besonderes Und Slowpack Auch nichts besonderes So Next Pack Überspringen wir auch Oh Ultra Instinct Und seine Entwicklung Finde ich auch super So was So was finde ich geil Wir haben noch 4 Packs Nur heute 4 Packs Dann sind wir durch Dann haben wir es einfach geschafft Einfach erledigt Einfach geöffnet Und zack zack Fertig Ja Wir haben auch schon 7 Hits glaube ich Also ich glaube Da wird auch nichts mehr drin sein Wenn da jetzt noch was kommt Dann Ist das wirklich Ein überdurchschnittliches Display Und Humano Wie viel noch 2 Ah noch 3 Ups Das habe ich gleich gemerkt Der ist richtig leicht Ich dachte aber Jumbo Rainbow Wäre es safe Und ich die Energie Zusgar Noch Zusgar Tschüssi Und Oh wir haben was Wir haben Wulosu nochmal Wir haben die nächste Remakes Wulosu Scheiße Das ist geil Der andere Also ich habe jetzt den Blauen Und den Rosen gezogen Das ist wirklich neid Darüber kann man sich wirklich nicht beklagen Würde ich sagen Darüber kann ich nicht beklagen Würde ich sagen Rainbow Rare wird wohl nicht drin sein Aber ich dachte Es ist safe in einem Display Scheinbar doch nicht Also wenn da jetzt noch eine Rainbow Rare kommt Dann Boom Alter Was für ein Display Überspringen Überspringen Mal will Nichts besonderes Unser Latze Rainbow Rare haben wir leider keine gehabt Ich denke die CP2 hat nicht die Rainbow Rare ersetzt Schätze ich mal Wir haben hier noch was Weil wir haben hier noch was So Letztes Pack Leute Pflanzenenergie Das machen wir ganz langsam noch Das ist das letzte So Fenster Reverse Racing Score Klar Und Octillery Holo Immerhin noch ne Holo gezogen Wir haben aber 8 Hits gehabt Wir können uns nicht beklagen Was für ein Display man Heftig Leute Gönnt euch diese Display 1, 2, 3, 4, 5, 6 8 Hits 8 Hits 8 Hits ist heftig Was hab ich da gemacht Weil ich ein bisschen noch voll aus dem Winter Der Rundemon hat mich zerstört Man Und schloss euch Aber ok der nimmt den Platz ein Hätte ich wissen sollen Ist aber kein Problem So was wir auf jeden Fall an Hits haben Ist einmal Kriketunnel Schöne Karte Dann haben wir Mimigma Sieht cool aus Dann haben wir den Camor Und dann haben wir Hundemann Shiny Alter Verwalter Kapokoko Unsere Full Art war eine Grünhaarige Gar nicht so ne hässliche Wassowulausu Und Kampf Ushifu Leute Was für ein Opening Alter Der Rundemon hat gerade mein Leben zerstört Ich hab hier noch ein Display Leute Ich hoffe aus dem Kriegen wir Desporter Aber ich kann mich Ich beklag mich nicht Rundemon war nicht der Nächste Den ich haben wollte Nach Desporter Deshalb alles ok Mehr als zufrieden Mit dem Mit dem Opening gewesen Leute Sonstern von mir Ich hoffe ihr hattet viel Spaß Passt auf euch auf Bleibt Bleibt fit Immer stabil bleiben Leute Immer trainieren Wichtigste Karten öffnen Aber als Nebensache Nicht so wie ich hier Ähm Ich werde jetzt versuchen damit Ein bisschen erfolgreich zu werden In Youtube Bisschen Ich liebe das einfach Pokémon Karten Ich liebe Pokémon Karten Und ich Ähm Ja Yu-Gi-Gi-Oh Yu-Gi-Oh habe ich damals viel gespielt Aber Habe ich jetzt voll viel verkauft Weil Yu-Gi-Oh Tönt mich nicht mehr so an Da war Mülle Auf meinem Stuhl Ähm Ja deshalb Leute Das war alles vieles Geld Was ich auch verkauft habe Muss ich zugeben Diese Displays Meine 18er Bälle Meine Koffer Habe ich alles mit Ich hatte 4 Elite Trainerboxen Im Blurall alles mit verkauften Karten gekauft Und ich habe immer noch 400 Euro Oder so übrig 300 oder 400 Euro So um den Dreh Müsse ich noch üblich haben Mit denen gucke ich mir auf jeden Fall noch mal was Aber ich denke von Evolution werde ich noch was holen Ähm Erstmal eine kleinere Box Dann ist welche Mit nur 1-2 Packs Also Evolutisch Und dann noch halt Ein paar andere Und im Mitte des Monats Will ich dann Eine richtig schöne Collection Box holen Das war es dann Leute Haut rein Es hat mir riesen Spaß Und ich bin so froh Es war so geil Und ich hoffe Ihr folgt euch auf das nächste Video Passt auf euch auf Haut rein Lasst ein Abo da Ciao und Tschüss